hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier bei mir auf dem kanal hier geht es um das thema kopfgelenksinstabilität instabiliaalswirbelsäule kopfgelenkssymptome mein name ist uli gottfried ich bin selbst betroffener ziel dieses kanals ist einen wissensaufbau in dem bereich durchzuführen ja heute wollen wir uns um das thema verschwommene sicht kümmern es handelt sich hierbei um eine übersetzung aus dem amerikanischen von chris zenino von zenin und schultz und ja die überschrift ist hier kann der nacken verschwommene sicht verursachen das video auf was ich mich hier beziehe ist hier kenner nackauspillar revision und wenn du die möglichkeit hast schau dir bitte das video im original und in englischer sprache da kommt bestimmt noch deutlich mehr rüber wie als hier mit meiner übersetzung ja die augen und der nacken sind hier nach der aussage von chris zenino über das ganglion superiors cervical sympathikus verbunden das ist ein ganglion das ist hier das ist ein ganglion das sympathische nervensystem eine ganglion ist sozusagen eine nervenansammlung eine geschwulst von nerven wo nerven eben besondere auf wo besonders viele informationen zusammenlaufen und der körper hat eigentlich verschiedene ganglion hier und er bezieht sich also hier insbesondere bei den augen auf das ganglion superiors cervical sympathik ganglion das superior cervicalis ganglion und den damit verbundenen augenreflex der pupillen ja was passiert wenn wir einem objekt nachsehen nun wir haben also hier die augen das objekt hier eine ente die an unserem körper vorbei fährt fliegt schwimmt und das ganze beginnt eben indem dass der kopf erst nach rechts schaut und die augen eben hier diesen gegenstand fixieren dann dreht sich der kopf und die augen müssen sich aber auch bewegen um den gegenstand weiter zu fixieren und ja das heißt wir haben hier ein zusammenspiel zwischen der augenmuskulatur zum einen die augen bewegen sich hier ständig und des nackens durch die kopfdrehung und hier gibt es eine direkte verbindung zwischen den augen und den nacken zum teil ohne das gehirn weil die informationen sehr schnell verarbeitet werden müssen und der umweg über das gehirn mehr zeit brauchen würde und sollte es also hier zu störungen in der kommunikation zwischen nacken und augen kommen ja gibt es eben viele informationen viel steuerungen der augen und auch fehlstellungen des gleichgewichts organs einflüsse ins ins gleichgewicht das heißt die position des nackens ja in verbindung ist also die die informe der informationsfluss des nackens zum auge ist von entscheidender wichtigkeit und wenn ich hier störungen passieren gibt es hier einen test der nennt man den smooth pursuit neck torsion test also wenn ich das mal so übersetze ist dass der leichte verfolgungs nacken torsion test und der läuft so ab dass du also den kopf erst in seiten neigung tust und dann tut der arzt mit dem finger links und rechts fahren und du musst dem objekt folgen dann im kopf nach vorne links und rechts und dann kopf nach rechts links und rechts und wenn es da zu symptomen kommt wie zum beispiel schwindelattacken dann ist der test positiv was in dem test nicht zählen würde ist was auch sehr häufig der fall ist dass die augen springen wenn sie dem objekt folgen das könnte andere ursachen haben zum beispiel ein traumata ja also wenn jetzt hier oben oben die die rezeptoren die sind das organe die sind ja viel viel dichter als im rest des körpers eben hier eine falsche steuerung nach oben geben weil die signale durch das ganglion durch die nervenverbindung gestört sind dann gibt es hier eben ja probleme eben mit den augen mit der sicht oder auch mit schwindel hier noch mal dargestellt wieso die verbindung ist also da ist auch natürlich das hörgang mit eingebunden in diese nervenverbindung und hier sieht man die reflexe die damit verbunden sind vor und chor und hier noch mal einfach das super servicels emperic ganglion das hier eine besondere bedeutung hat und das ist eben hier angeordnet direkt vor c2 zwischen c2 zwischen c1 und c2 ist dieses ganglion angeordnet und wenn natürlich hier dann ja die wirbel sich verschieben kann es hier zu kompressionen des ganglions kommen mit den entsprechenden auswirkungen nun ist es hier alles in ordnung dann haben wir eine normale pupille normale pupillengröße und können praktisch ja die pupillenweite sehr gut kontrollieren kommt es zu einem problem hier zum beispiel zu einer störung und wird der sympathische mit das sympathische nervensystem über erregt dann weitert sich die pupille sympathikus ist ja erregung aufregung angst weg rennen und wenn wir also früher dem seltsam tiber gesehen haben dann haben sich die pupillen geweitet weil wir jetzt alles ganz genau wahrnehmen mussten und die herzfrequenz hat sich erhöht und wir haben uns bereit gemacht zur flucht und ja dieses diese erweiterung der pillen die nennt man also hier horners syndrom oder auch porfor du pit das ist ein franzose keine ahnung habe ich bestimmt falsch gesprochen syndrom die hier eben geweitet werden aufgrund einer irritation des nervensystems hier im fall des sympathischen nervensystems ja anderer fall ist sollte ich hier eine trennung sein dass also hier dass der parasympathikus dominant ist dann wenn die pupillen ganz klein und ja du kannst das natürlich vielleicht auch mal selber nachprüfen bei dir wie weit deine pupillen geöffnet sind also die schlussfolgerung von diesem video ist ja nacken und augen sind zusammen ist es für uns nichts neues also wenn du dem kanal hier treu bist dann haben wir uns ja mit dem thema augen schon öfter beschäftigt und ja wir sehen eben bei kopfgelenks patienten vernebelte sicht sehr häufig und ja man muss das eben sehr genau analysieren und auch von den augen aber wenn bei den augen nichts gefunden wird sollte man auf jeden fall den nacken mit in betracht ziehen ja das wäre es gewesen mit diesem video wie gesagt es ist nur die kurze zusammenfassung wenn du die möglichkeit hast schau dir das video original an und ich empfehle dir ein video von mir hier noch das ist das thema winkelvielsichtigkeit und die obere halswirbelsäule hws da schildere ich meine ganz persönlichen erfahrungen in verbindung mit den augen und nacken ich hatte ja auch eine extreme winkelvielsichtigkeit und ich konnte keinen objekten mehr folgen ohne dass mir schwummrig geworden ist also hier gab es dann ganz klar eine überreizung des sympathischen nervensystems und sympathischen ganglions da oben und ich sehe aber auch eine verbindung zur winkelvielsichtigkeit das heißt wenn die augenmuskeln nicht mehr richtig angesteuert werden wenn dir das video gefallen hat dann lass mir ein like da ich hoffe ich habe dir wieder geholfen wissen aufzubauen und verbindungen die aufzuzeigen ja ich wünsche dir einfach werde wieder gesund und